Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und wie ihr am Titel bereits erkannt habt, geht es heute darum, dass ihr was gewinnen könnt. Wie kam es eigentlich dazu? Ich habe die Tage mit meinem Sponsor gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich gerne mal ein Gewinnspiel machen würde. Und, ja, was soll ich sagen? Er war begeistert, er hatte Bock drauf, hat gesagt, er unterstützt mich dabei. Und jetzt schaut ihr dieses Video. So, was könnt ihr eigentlich gewinnen? Das fragt ihr euch sicherlich. Und zwar könnt ihr eine Level-Up-Tube und einen Level-Up-Shaker gewinnen. Natürlich jetzt nicht das hier. Ihr könnt komplett aus dem Sortiment selber auswählen, welche Geschmacksrichtung ihr haben wollt und welchen Shaker ihr haben wollt. Was? Warte mal, was? Richtig geile Sache. Ich zum Beispiel habe jetzt hier Galaxy Edition, schmeckt sehr, sehr gut, habe ich auch für Gamescom probiert. Aktuell trinke ich aber Eistee Pfirsich, kann ich euch auch mal empfehlen, schmeckt auch sehr, sehr gut. Und, ja, was ihr aber letztendlich wählt, ist eure Sache. Wie gesagt, ihr habt komplett das ganze Sortiment zur Verfügung. Ihr könnt euch eine Geschmacksrichtung aussuchen und einen Shaker eurer Wahl. Und, ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ihr das ganze Ding eigentlich gewinnen könnt. Ist auch ganz einfach, ihr müsst eigentlich nur zwei Sachen beachten. Und zwar, ihr müsst einmal einen Kommentar schreiben, in dem ihr ganz kurz erklärt, warum gerade ihr die Tube und den Shaker gewinnen wollt. Und das Video anschließend teilen. Okay, okay, okay. Jetzt kommen wir uns näher. Jetzt kommen wir uns näher. Korrekt. Das war's. Mehr braucht ihr nicht machen. Ihr braucht kein Abonnent sein. Ihr braucht das Video nicht liken. Ich freue mich natürlich immer drüber, wenn jemand abonniert oder ein Video liked. Aber, um hier mitzumachen, braucht ihr es nicht. Die Aktionen laufen nur bis zum 28.12. um 19 Uhr. Um 20 Uhr, Samstagabends, ist ja Zocker-TV-Zeit. Dort werde ich dann den Gewinner auslosen und werde dann auf seinen Kommentar hier unter diesem Video reagieren. Der Gewinner meldet sich dann bitte per Mail bei mir. Die Mailadresse werde ich jetzt kurz einblenden. Ihr findet aber auch alles in der Videobeschreibung. Also ich packe in der Videobeschreibung die Teilnahmebedingungen rein und auch die Mailadresse. So, den Rest klären wir dann per Mail. Ich wünsche euch jetzt viel Glück. Ich freue mich darüber, viele Kommentare lesen zu dürfen. Und bin gespannt, was ihr euch so einfallen lasst. Ich bin raus an dieser Stelle, Leute. Macht's gut und ciao.